Hallo Leute, ich bin auch so aufgeregt, denn gestern ist was so tolles passiert. Damiana, Anja und Julia haben mich von RaiTV am Stall besucht. Oh mein Gott, das war so toll. Ich musste sogar ein bisschen weinen und ich war so am Zittern und so aufgeregt. Die haben eine Homestory mit mir gedreht und sogar ein kleines Interview gemacht. Ja, das Video wird man bald auf RaiTV finden. Und ich bin sogar geritten. Und ja, die haben mich halt so einen Tag am Stall gefilmt. Und ja, ich habe schon ein paar Bilder auf Facebook und Instagram gepostet. Wenn ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gerne machen. Ich schreibe euch meine Accounts mal in die Infobox. Und ja, ich freue mich einfach so total, dass das passiert ist. Und nochmal richtig Danke an Damiana, Anja und Julia. Und ja, das wollte ich euch noch schnell sagen. Tschüss! 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 Vielen Dank.